Ein Zug ins Europäische Parlament mit selbstbewussten Videos. Katalin Tschä ist eine neu gewählte Abgeordnete aus Ungarn, die Eindruck machen will. Sie haben Angst vor uns, Angst vor meiner Partei, Angst vor einer neuen Politikergeneration, sagt sie über den politischen Gegner. Sie haben Angst vor Menschen mit einer Vision, Menschen, die nicht gekauft werden können. Die 31-jährige Ärztin und Gesundheitsökonomin ist Mitbegründerin der Anti-Orban-Partei Momentum. Tschä und ihre Mitstreiter werfen dem ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban vor, den Rechtsstaat abzuschaffen, Korruption zu fördern und Ungarn in Europa zu isolieren. Entstanden ist Momentum, als eine Gruppe junger Politikinteressierter mit einer Öffentlichkeitskampagne die Pläne der Regierung durchkreuzte, Budapest als Olympia-Bewerber ins Rennen zu schicken. Das war ein lehrreicher Kampf. Man muss härter arbeiten und aggressiver sein, wenn man eine junge, progressive Frau in Ungarn ist. Katalin Tschä ist eine von zwei ungarischen Abgeordneten, die sich der liberalen Fraktion Renew Europe angeschlossen haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.